Boah, weißt du was, die Scheißkarte? Brich nie im Leben die 100.000 zusammen. Wie viele Punkte brauchst du denn noch? 64.000, 46.000. Okay. Ich zerleg den gerade an jeder Reparatur. In jeder Reparatur. So fahr ich noch in der Reparatur, wenn ich den eh dann zerlege. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nichts bekomme. Ich speichere das Spiel nur in Kommando-Posten. Ja. Okay. Von Schockwelle getroffen. Schön, gecrasht und von Schockwelle getroffen. Schon wieder zu weit weg vom EMP. Zündig das Ding überhaupt. Nein. Die Städte von Verfolgung aufgenommen. Der Sonne bringt uns an den Bank von der Schraubendung. Rang over. Die Angst, die Führung mit 10,44. Kontroll, komme nicht an Racer dran. Verteilig dich mit allen Mitteln. Setz die Verfolgung fort. Achtung, die Städte hängt uns ab. Auf Zentrale, ich habe den Kassi. Der letzte Einsatz fort. Ich hasse Waffenschluss. Ich schwimme noch nicht über diesen Canyon. Okay. Ich komme mir nach dem laufenden Band. Das ist unglaublich. Komm mal hierher zu mir. Okay. help smash was was willst du jetzt als nächstes damit ich es nachher aufwählen kann ich habe warte du kannst ja inzwischen nicht nur den wechsel aber ich habe den forster wieder genommen das sind sammeln 60.000 speedpots einer session gold bei 200 pursuit erziele von drei schock ramentreffer und zehn razer von hinten und du schaltest ja wenn du freischalten sage ich jetzt nicht ich kann es mir was denken ich könnte auch reinschauen soll ich nach dir kommen die helfen ich bin da wo du mich auf dem gps findest das kann ich selber nicht genau sagen ich gehe einfach irgendwo raus und stelle der gps ein aber wenn ich dir jetzt helfen kann es mir helfen zu verhaften ja ich stimme ich muss ja einfach ich muss ja nicht zerstören kann ja einfach ein bisschen beschädigen so spieler ja 4,3 km ich habe hier genau richtig rausgekommen da kriegst du den noch pmp nein mal viel gesetzt schöne schneelandschaft siehst du mich wo ich bin naja aber ich habe mich eingestellt nur drei kilometer ok du bist ja gerade niemand durch den tunnel geballert ne ich bin umgekehrt Also fährst du mir gerade entgegen, okay. Wahrscheinlich ja, da bist du, ne. Da bist du nicht. Ja, aber jetzt gleich sollte ich Berlin und er sein. Die Rase krieg ich doch. Wieso, ich drehe jetzt. Racer verhaftet, yeah. Hier ist noch einer. Ja. Ich jag den mal kurz hinterher und dann... Shit. ...mechan, dass ich ihn smashen kann. Ich brauche nur noch 10.000. Ja, okay, dann ist das der Einer hier. Wenn du den verhaftest. Boah. Den Rest dann krieg ich halt durch die Hüften. So. So. Ich bin jetzt direkt hinter dir. Das ist gut, dann überhol mich mal. Ja, okay, ich lecke. Ich bin jetzt gleich richtig wegwählen, weil ich hab den mit EMP getroffen. Nein. So, jetzt muss ich ihn noch einmal rammen, dann ist er kaputt. Ja, wenn ich ihn dann nehme, ja. Dass ich ihn rammen könnte. Ja, ich will jetzt nicht nochmal mit EMP drauf, weil dann ist er kaputt. Ja, dann muss ich den einholen. Halt draufhalten. Ich bleibe einfach mal an ihm dran, dass du ungefähr weißt, wo der ist, ne. Ja, der ist nicht weit weg. Ich muss nur die Straße entlang. Na, komm, labernit. Scheiße, ist er weg. Krieg ich. Dass es mich nicht drehen würde. Der hat den Abkühltzug genommen. Ja. Nehme ich auch. Na, wie sieht er jetzt gerade am Ende? Alter, er zieht aber weg. Muss ich's auch machen. Sag, ja, der hat sich jetzt selber zerstört. Toll. Müssen wir ihn suchen und nochmal zerstören. Ja, weil mir fehlen noch 7000. So lange kann ich halt einfach nicht driften. Da vorne ist einer. Das Problem, ich hab kein EMP und gar nichts. Ja, warte, dann mach ich den relativ weit down und dann, äh, kannst du den nur rammen. Boah, ich ramme den einfach ein paar Mal. Boah, ja, danke für den Crash. Ich bin fast zu müde. Dafür ist ja auch fast ein Marsch. Wenn wir jetzt rammen, ist, kriegste Punkte. Schwung. Muss ich den jetzt noch erreichen? Nein! Das gibt's auch nicht. Das will die KI hier. Klaut mir alles. Soll ich den jetzt wieder davor noch mal ein bisschen abbämmen? Ja, ach, den krieg ich locker. Das ist unser... ...oder, glaub ich. Den nicht bämmen. Meiner. Jojo. Ich den jetzt wegbämmen. Dann hab ich die Aufgabe abgeschlossen. Ja? Ja. Jetzt muss ich nur kurz reparieren fahren, danach auf den Kommandoposten. So. Diese Kommandoposten, na ja. Dreieinhalb Kilometer, dann... ...so, fahr ich mal da, ja, dann gucken wir die Aufnahmen beenden und dann, äh... Also, morgen nicht weiter auf dem Dienstag? Nö, ich glaub, das reicht... ...erst mal für den ganzen Tag. Oder soll man nächste Woche am Wochenende erstmal wiederholen? Nächste Woche am Wochenende. Okay. Wir haben ja dazwischen noch einiges an anderen LPs und Dienstag halte ich ziemlich lang Schule, also... Okay. ...krieg durch, normalerweise ist das Problem, aber komm, das lasse ich jetzt einfach nicht. Wie viele Speedpoints hast du? Äh, 417.000. Ich hab mehr, yeah. Ich hab grad meine EMP auf Level 6 aufgerüstet. Ja, gut, ich wusste halt nicht so viel. Dann zieht er halt bei mir nicht ganz so viel. Und ich rase erstmal eiskalt dran vorbei. So, spiele weiter, nachdem du die Racer-Karriere beendet hast, um exklusive Lackierungen freizuschalten. Oder spiele die Cop-Karriere. Spiele, ja, um alle Freizeug-Varianten, Fahrzeug-Varianten freizuschalten. So. Boah, ich muss, das lädt bei mir. Dann dürfte der Festplatte auch relativ voll sein, wa? Ja, es gibt schon einiges an Aufnahmen. Ich muss noch Assassin's Creed 2 von gestern rendern. Rang erhöht, Ferrari. Ja, okay, aber ich geh dann aus dem Spiel raus, ne? Jo. Weil ich krieg ja nix mehr Neues. Jo, dann bye und bis zum nächsten Mal hier. So, befördert, was hast du genommen? Enforza, oder? Ja. Wir zeigen Ihnen, wie das VRT-Dinge regelt. Okay. Gut, dann verlasse ich das Spiel jetzt auch. War echt ne Freude. Need for Speed Rivals von EA Ghosts und EA Criterion. Ich hab zusammen gespielt mit Mr. Instant LP. Mein Name ist X1Z3LP. Und ich sag ciao und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen in dem geilen Game. Out rein. Out rein. Vielen Dank.